diese wichtigen tipps wie zwischendurch das sind natürlich so sachen ohne die haben wir keine chance warum denn schon wieder hier ja ich weiß nicht selber noch mal diesmal war bio gefahrgut behälter winter hier richtig will man uns jetzt hier ach guck mal das ist ein strichcode knacki vielleicht wieder gebannt die strichkoder werden ja gern mal gebannt ja das sind oft diese twinks twink accounts Oh, der ist ja hier, mein Cola, wie man mopsen hier. ich finde ihre sonnenbrille nicht doch jetzt ja auch nur jetzt ganz cool auf der mütze deswegen hast du auch nein habe ich nicht da hast du wobei dem bogen glaube ich natürlich war auf der anderen seite der märk einer fehlt noch der war es nicht das war frost der war es auch nicht jetzt willst du es wissen kann auch nicht okay jetzt müssen wir anders hinsetzen ich knirrufe nicht arbeiten einmal profis arbeiten sie fuz kämpft sich durchs gegnerische gebäude ich komme mit dir deck nach hinten zweiten setze ich schon mal an aber lassen wir noch drohen machen ich mache mir das zweite mal auf vielleicht kriegst du da nicht haben vielleicht kriegst du dann den winkel ins treppenhaus den habe ich schon den winkel tatsächlich rost fallen überall vorsicht ich bin hier im visier und da streckt mir plötzlich doch irgendwie ihren hintern ins bild ist mir ja abgelenkt attraktiviert sichere nein der strichkot hat mich gefüllt also der ist in Gang der füße nicht zu mir oder durch nein 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 Was für'n Affe, ey. What the fuck, Fuse? What are you doing? What the fuck, Fuse? What are you doing? No, I'm sorry, I'm sorry. Wait, I will arrive. I think I will cover. Scheiße. Man muss doch gucken, wo seine eigenen Leute sind, ey. Ist der da in dem kleinen Raum, ja? Ja, ja. Oh, jetzt sichert ihr, jetzt sichert ihr. Sehr schön. Ich dachte, der hat wahrscheinlich ein Loch da hinten zum Flur gehabt und war dann immer in dem kleinen Loch in dem schmalen Flur da hinten, ne, nicht auf dem langen. Ja, bei mir ist er, der kam bei mir rein auf dem langen Flur und hat mich wahrscheinlich direkt weitergelaufen. Ich konnte ja nur die Position sagen. Ja, ich bin ein guter Job. Deswegen hat mich das auch gewundert, dass er den, der da down war am Flur nicht weggeholt hat die ganze Zeit. Deswegen wollte ich auch nicht einfach rausrennen auf dem Flur, weil ich gedacht hab, dass er da vielleicht an der Ecke irgendwo wartet, dass einer kommt. Kaut der auf seinem Mikro rum oder was? Der hat sich das irgendwo hingesteckt und... Und furzt antworten. Du musst hier noch einen Operator wählen. Hm. Kein Operator, sondern Operator. Ein... Ein OP-Irator. Ja. Ey, du kannst doch nicht so hirnlos... ...nach unten fließen. Du siehst ja, das war schon... Ich mute die beiden erstmal. Er kann mich ja nicht konzentrieren, ey. Und ehrlich gesagt, das erwarte ich für den 170er auch, dass er ein bisschen hören wird. Oh, Reinforcements are going on! Oh, Reinforcements are going on! Opt 4 is located in the Biohazard Container. Alter, ey. Wie ist das los, ey? Was sind das schon wieder für Spasties? Ich hab den aber nicht geheilt. Das ist mir zu blöd, ey. Was zum Geier? Es geht schon wieder ab, da. Ach so, die haben ihn jetzt down geschossen, damit er mehr HP hat, oder? Das ist aber wahrscheinlich... What the fuck? Das ist Luke ja auch nur die Rüstung los, das ist hier. Ach, wir haben Luke. Ja, der kommt jetzt... Oh, das gibt's doch nicht, ey. Al die Fresse, ey. Den hab ich fünfmal getroffen, wieder da draußen, ey. Scheiß. Ja, der hat nur noch mal verrissen und... Ich bin tot, du Lutschei. Was sind das für troppelt? Ich muss jetzt hier muten, nein, das ist mir zu blöd. Die schon gemutet. Können wir nicht konzentrieren, wenn ich mich die ganze Zeit mit ihrem Arsch-Mikro da voll labern. Ja. Aufpassen, wo diese Hitballern. Ich verschwende auch nicht meine ganzen Heilungen am Anfang, weil die zu dumm sind. Oh Gott. Auf der Drohnenjagd, ey. Da kommt's mal. Jetzt bin ich aber echt den Arsch gefickt gerade. Auch wieder. Ach, Alter. Ein bisscheid. Okay, würde ich das für jeden Tag sehen. Ja. Ich bin mir total schnell, aber ich auch nicht mit. Egal, das war es ein Problem. Ich bin total schnell. Oh Gott, der ist ganz schnell schnell. ob ich irgendwie seh. Sehr schön. Ja, Gott sei Dank für H3. Wenn man kein Gegrunze aus der Hölle im Ohr hat, dann kann man sowas auch hören. Ja, nicht. Ach, ich hätte Shotgun daneben. Ach, ist egal. Hauptsache, Mann. Scheiße, die 20 Renown, brauchst du sowieso nicht mehr für die Visiere da. Aha. Zwei Blend, Leute. Ich habe den Feuertyp und noch einen Fuse. Du bist jetzt aber echt. Ja, hast du noch irgendeine, die irgendwelche Wände aufmachen können? So. Das ist echt die Jagdsaison hier. Partyraum. Okay. Ich will mal Escape drücken, sobald ich in Mute komme, aber das bringt ja nichts. Da fragt er mich, ob ich das Spiel beenden möchte. Escape. Mit dem Einfluss des Mutes entkommen. Ja, das funktioniert aber nicht. Einer ist draußen, der denkt sich auch, fink die Welt, ich glaube hier sitzen. Ach ja. Ich gebe ihm nochmal den Tipp, dass man mit WASD die Drohne bewegen kann. Biohazards in a location onbound. Ich gebe mir, der ja auch so hilfreiche Tipps gegeben haben. Ich gebe mir, der ja auch so hilfreiche Tipps gegeben haben. Oh, herrlich ey. Oh, ich habe diesen Lärmbolzen hinter mir. Ich möchte das nicht. Ach so, der hat von der anderen Seite geschossen. Ja. Ja. Ist ja schön. MEIN! Boah, juckt mir direkt das Ohr ey. Ist ja nicht. Aber ich habe keine Tolle da weg. Zweite Tolle da weg. Das ist doch bestimmt noch so einer, der... So einer habe ich auf dem Verbindungsflur erwischt. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch mehr sind. Hier hinten sind bei mir noch welche. Scheiße. Direkt im Gang hier. Aber ich habe hier. Sehr gut. Sehr gut. Ah, der andere war down. Schade. Gleich. Friendly Mission success. Ja Mensch, wir beide hier. Wer denn sonst? Ja, nicht alles selber macht, ne? Deswegen mussten wir Kanal nochmal spielen, weil sie nicht 3-0 gewonnen haben. Das Spiel... Ne. Geht nicht. Stimmt, das ist das einzige, das heute noch nicht 3-0 gewonnen hat. Stimmt. Das Spiel direkt gesagt. Ne. Nochmal von vorn. Hat es uns ein bisschen einfacher gemacht mit dem Behälter, aber... So nicht, Freunde. So nicht. Wir haben ja eine Erwartungshaltung. Ah, ich treffe schon wieder nicht, ey. Relativ knapp daneben. Jetzt bin ich bei 25 Prozent. Alter, das ist ein richtig... Heute läuft richtig gut. Ja. Das obwohl wir solche Spackos dabei hatten. Ja. Ja. Ja.